Mit Fachwissen und jahrzehntelanger Erfahrung unterstützt Sie die Schmidtsche Apotheke beim Gesundwerden und Bleiben. Das Nargolder Unternehmen besteht bereits seit mehr als 100 Jahren. Heute führen es die Apotheker Rolf-Dieter Schmidt und Angela Blum gemeinsam mit einem bestens ausgebildeten Team in gleich zwei Filialen. Neben allen gängigen Medikamenten erhalten Sie hier homöopathische, natürliche und gesundheitsfördernde Mittel sowie Verbandmaterial. Darüber hinaus gibt es Kosmetikprodukte namhafter Marken. Sie können dabei aus exklusiven Anti-Aging und Hautpflegeartikeln wählen. Ein Beitrag zu Ihrer Schönheit. Die Mitarbeiter informieren außerdem fachkundig über diverse Reiseimpfungen und beraten Sie individuell zu den Themen Diabetes, Asthma, Allergien und Krankenpflege. Die Schmidtsche Apotheke überzeugt zudem durch einen kostenlosen Lieferservice und wenn einmal etwas nicht vorrätig ist, wird es gerne für Sie bestellt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017